Ich orte eine Flarag-Stellung. Havok, haben Sie visuellen Kontakt? Habe das Ziel im Visier. Echt? Wo? Wenn Sie die Hand von Not zerstören, sollte das... Ja, ja, ich kenne das Prozedere. Flarag-Stellung. Hey! Ja, du hübsch... Eeeh! Der Ball hat da nicht gewöhnt. Ja, ja. Gegnerisches Gebäude zerstört. Ja, das war die Ballade. Schauen Sie, ob Sie da etwas machen können. Na jetzt. Lass mal wieder Rüstung aufnehmen. Hand von Nord, ja. Oh! 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 No! Das geht von Ihnen weiter, Herr Bock. Passen Sie bitte rum. Tja, das ist ja auch schlafen, die sich. Oh! 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 Das war die Rüstung. Oh! 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 Ah! Oh! Nein! Hilfe! Irgendwas stimmt hier nicht. Und noch... Oh, was ist das? Oh! Oh! Meine Daten zeigen, dass die Hand von Not nicht mehr aktiv ist. Waren Sie das herum? Sie wissen's ja. Soll die Verstärkung auch mal was tun? Nein! Tja... Ich bin fast tot. Toll. Was war das denn bitte schön gerade? Was war das? Na gut. Kurz speichern. Ja. Oh! Gegnerisches Gebäude zerstört! Ich weiß nicht, ob wir kommen. Okay. Ja. Ja. Haha. Das ist das. Ja Das ist hier Sonntag könnte noch nicht sein Ist auch nichts drin Na brah wie? Äh oh Woops Woops Da Na was das also? Na auf Na auf Na auf Ich kann schon zurück, aber das ist ja nicht . . . . . . . Okay. So, weiter im Text, würde ich meinen. Okay, da ist es. Da müsste irgendetwas sein, aber ich sehe da nichts. Hm, okay. Boah, da kommt noch mal weiter. Junge. Junge. Hat mich nicht betroffen. Betroffen. Boah, nichts mehr mit Nachladen. Ja, gut. Noch weiter runter? Okay, speichern wir mal. Ja. Ach ja, die Ariszen. Ach so. 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 Ähm... Wand von Nord eliminiert und Munition aufgefüllt Speichern wir ab und machen weiter So... So... Speichern Jupp Dum-di-dum Evert, direkt vor Ihnen befindet sich eine funktionsfähige Tiberium-Raffinerie Schalten Sie sie aus, um die Produktion von Nachschub zu verlangsamen Also eins gefällt mir hier, eine Menge, das man in die Luft sprengen kann Gegnerisches Gebäude zerstört Ich bin die Luft gekommen Gegnerisches Gebäude zerstört So... 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 So...